Hi, ich bin Moritz Abels. Ich studiere im zweiten Semester Aufschneid- und Anlagentechnik an der Fachhochschule Kiel. Ich bin dem Team RACEYAD beigetreten. Wir bauen hier einen Rennwagen für ein Konstruktionswettbewerb. Ich bin für das Federdämpfer-System zuständig und ich freue mich sehr, dass ich mein theoretisches Studium mit praktischen Einsätzen hier in der Werkstatt ergänzen kann und deshalb studiere ich gerne hier.